Achso, Schauspieler habe ich ja auch schon gesucht und die Musik, oh Gott, ich werde gar nicht mit anfangen, weil ihr merkt, da gehört echt viel dazu, das alles zu koordinieren. Wie gesagt, die Musik hat der Olaf Krause gemacht, der ist auch ganz kurz da in einem Cameo zu sehen gewesen.